Viele Glaubenssätze, die uns einfach wirklich souveriert wurden. Du wirst nur glücklich, wenn du deine Familie hast, wenn du zweimal im Jahr auf Urlaub hast, zwei Autos hast, ein kleines Häuschen. Es ist Zeit, damit aufzuräumen. Ich liebe es, unabhängig zu sein und das heißt auch, dass ich dann einfach mal, weil ich jetzt gerade einen künstlerischen Gedanken habe, meine Sachen packen kann und wegfahren kann, wegfliegen kann. Das möchte ich nicht aufgeben. Einige Frauen entscheiden sich aktiv dagegen, Kinder zu bekommen. Aus ihrem Umfeld erhalten sie dafür ganz schön heftigen Gegenwind. Doch wie kommt es dazu, dass man sich aktiv gegen das vermeintliche Glück entscheidet? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir Irena und Barbara bei ihnen zu Hause besucht. Beide haben uns von ihren persönlichen Erfahrungen und Beweggründen erzählt. Irena ist 33 Jahre alt. Wegen ihrer Arbeit als Grafikerin und Künstlerin möchte sie spontan und flexibel sein. In ihrem Lebensentwurf haben Kinder keinen Platz. Ich habe die Entscheidung getroffen, keine Kinder zu bekommen, weil ich die Verantwortung nicht tragen möchte, weil ich die Freiheit nicht aufgeben möchte, weil ich mich meiner Kunst voll widmen möchte. Ähnlich ist es auch bei Barbara. Die 34-jährige HR-Managerin möchte ihre Freiheit nicht eintauschen. Sie ist auch ohne Kind gemeinsam mit ihrem Partner und drei Katzen glücklich. Bewusst die Entscheidung, glaube ich, war so Mitte 20, wie meine Freundinnen auch Kinder bekommen haben. Also ich bin die einzige in meinem Freundeskreis, die keine Kinder hat. Ich sehe, was das für eine Änderung für sie auch bedeutet hat, ein Kind zu bekommen. Und da wurde mir bewusst, ich möchte diese Verantwortung tatsächlich nicht tragen. Wie ungewöhnlich Irenas und Barbaras Entscheidung ist, zeigt das Unverständnis in ihrem Umfeld. Oft müssen sie sich Freunden und Bekannten gegenüber erklären. Viele maßen es sich an, zu fragen warum oder sind ganz frech und sagen, ach, das kommt schon noch, dann wirst du schon sehen. Naja, irgendwann wird es dir leid tun. Oder warum ist das so? Findest du das nicht ein bisschen egoistisch? Keiner nimmt das so ernst und das nervt mich ehrlich gesagt. Ich belächle das meistens. Ja, okay. Es kommt auch immer auf das Kommentar an. Also das ist meine persönliche Entscheidung und ich leiste da keine Überzeugungsarbeit. Das Bild der Frau als Mutter und Fürsorgerin ist sehr stark in unserer Gesellschaft verankert. Wir alle kennen die Filme und Serien, in denen das Happy End gleichgesetzt ist mit Ehe, Haus und Kind. Aber das klassische Familienbild bringt in der realen Welt gerade für Mütter auch viele Nachteile. Berufliche Karrieren bleiben oft auf der Strecke und Kindererziehungszeiten werden nur teilweise für die Pension angerechnet. Ich sehe es sehr prekär in beide Richtungen. Also es wird erfahrungsgemäß, es wird Frauen viel aufgebürgt, was eine Mutter nicht zu tun hat, alles. Und dann gibt es aber auch diesen abwertenden Blick einer Frau gegenüber, die Mutter geworden ist. Weil ich weiß nicht, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber diese Abwertigkeit beobachte ich. Also in beide Richtungen. Und es ist okay. Also es ist mit uns alles in Ordnung. Wir sind weder frustriert noch frigide noch und ja. Also das gebe ich auch zu. Ich bin auch ein wenig egoistisch, aber ich finde ein gesunder Egoismus ist immer gut. Würde ich mich anders entscheiden, wenn ich ein Mann wäre? Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Konstellation, die es begünstigt, wenn mein Vater ist, vielleicht würde ich mich dann dazu entscheiden. Im Gespräch wurde klar, dass es oft die äußeren Umstände und Erwartungshaltungen sind, die Personen in gewisse Rollenbilder zwängen. Ja, wir kennen alle die Geschichte von Hänsel und Gretel. Das ist die Frau, die ohne Kinder alleine im Wald wohnt und dann die Kinder aufisst. Dass man einfach von solchen Gedankenmustern weggeht. Ich liebe ja Kinder. Ja, also das darf man nicht falsch verstehen. Nur weil ich selbst keine bekommen möchte, heißt das nicht, dass ich keine Kinder mag. Welche gesellschaftlichen Veränderungen ich mir wünschen würde. Einfach nur mehr Akzeptanz. Ja. Oft wird argumentiert, dass die biologische Uhr in Bezug auf Fruchtbarkeit signalisieren würde, wann man als Frau für Kinder bereit sei. Die Wissenschaft hat bereits mehrmals mit diesem Mythos aufgeräumt. Doch als gesellschaftliche Norm wird dieses Konzept trotzdem oft verwendet. Diese biologische Uhr. Ich glaube nicht daran. Ja, also ich bin jetzt 34. Bei mir tickt noch gar nichts. Ja. Ich bin schwanger geworden letztes Jahr und für mich war mit diesem positiven Schwangerschaftstest ein Horror. Also mir hat das die Kehle zugeschnürt. Es hat mich nur darin bestärkt, dass ich das nicht machen möchte. Und ich habe mich dann bewusst im Dezember zu einer Abtreibung entschieden. Und ich würde das auch jedes Mal wieder tun. Was nicht heißt, dass ich nicht vorsichtig bin. Aber wenn es passiert, was jedem Menschen passieren kann, würde ich es wieder tun. Irene und Barbara fehlt es an nichts. Sie lieben ihr selbstbestimmtes Leben und haben gelernt, mit dem gesellschaftlichen Druck umzugehen. Was raten Sie anderen Frauen, die keine Kinder wollen und deswegen Kritik erfahren? Sich zu vernetzen mit Menschen, die genauso denken, die genauso ticken. Man ist nicht alleine auf diesem Planeten. Das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Es gibt gleichgesinnte Menschen, Personen. Austauschen mit denen und einfach schauen, wie man einfach so seinen Schutzmechanismus aufbaut. Und das einfach nicht an sich rankommen lässt. Ich glaube sehr, sehr stark daran, dass es vielen Frauen nicht bewusst ist, dass diese Entscheidung zu 100 Prozent bei ihnen liegt. Ja natürlich, unser Körper ist biologisch dafür vorhergesehen, dass wir Kinder bekommen, dass wir uns fortpflanzen. Aber wir entscheiden dennoch noch immer selbst. Vor allem auch, ich möchte der Gesellschaft nicht gefallen, nur weil sie sich das von mir erwartet. Alles gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Vielen Dank.